Besteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, beckelnd. Was hat er ja verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die sieben Gebote. Ich muss nicht darin werden. Fangen an, wir sollten uns ansehen. Wo bist du? Schnell verstecken hier. Irgendwie haben die mich entdeckt oder so. Ich weiß noch nicht wie, aber naja. Einen haben wir ausgeschaltet, damit wir einen weniger haben. Komm, kann ich ja nicht auf die Laternen drauf, das ging doch immer. Jaja, komm. Ja, also verpisst euch. Da kann ich aber drauf. Ja, aber nicht auf diese Laternen oder was. Boah, da hab ich ja gleich Angst. Ah, jetzt schon viel besser hier oben drauf zu sein. Kann ich hier durchs Fenster zufällig? Ne. Rechts sind die zwei Ruhen. Zum Besprechungszimmer und zur Brandmark, bla bla. Es gibt viele Wege, welche... Ja, ich weiß doch, dass es viele Wege gibt. Danke. Ah, eine King Sparrow Feder. So, das Besprechungszimmer ist etwas weiter weg. Aber weil wir hier einfach mal so da drum laufen, ist das okay. Ah. Guck mal, jetzt sind wir hier einfach mal durch so ein Fenster hängen. Das fand ich auch immer sehr geil. Verhörtzimmer. So, die Luft müsste rein sein. So, wie es aussieht, kennen die den Outsider. Da hinten ist einer, okay. Boah, wir speichern gar nicht, ne? Im Bioshock war es zu viel und hier zu wenig. Keine Frage. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefördert ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist. Wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe, gewiss. Aber wie bei geht das? Die Spur führt zu Martin. Aber Martin kennt jeden. Überall. Der was bemerkt dann? Huh. Finde ich sehr gut. Hau rein. Ein Apfel. Eine Pistole. Hier dürfte keiner mehr sein, ne? Ich habe dieses Spiel geliebt, wegen diesen Assassinen einfach. Also, ich kam mir hier vor wie, keine Ahnung wo. Da ist Assassin's Creed nix gegen. Was man hier alles machen kann. So, ein bisschen Geld. Corvo Atanus Aktivitäten. Ja. Hier können wir was über uns selber lesen. Ich kenne das schon. Deswegen, äh, ihr könnt ja einfach mal Stop machen und lesen, worum, also, was wir so sind. Also, unser Charakter. Einfach Stop drücken und durchlesen. Hier hoch. Das gehört zum Astago und... Moment, wo ist die andere Aufgabe? Ah. Ah, guck mal. Wir können jetzt sogar auf die Lampe, mein Gott. Okay. So, über das Brandmarken von Ketzern. Ah, ah. Nicht stieren. Ah, ah. Okay. Ich glaube, der Typ ist wieder hier, ne? Ja. Mach ihn bewusstlos. Okay, er kann nicht machen. Uh. So, wir müssen jetzt zum Besprechungszimmer. Simon? Ich meine nicht. Doch, da hinten stand jemand. Uh, da ist auch noch jemand. Wie? Fuck, der hat uns bemerkt. Ah, komm. Aber, ich hab da irgendwas umgeschmissen und hat das bemerkt. Ah, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ich wusste auch gar nicht, dass man hier oben hin kann. Ja, das waren nur Ratten. Die sind ehrlich überall. Du kleine Arme. Ach, wir sind auch gar nicht geduckt. Ich hoffe, ihre Reise war problemlos. Ich höre, die Waffe hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Gut, gut. Und ihr ernichter Kalister, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einbezirk nach dem... Gift zu Campbell schieben, ja natürlich. Ne, wir tun das Gift natürlich bei Campbell rein. Auch wenn dann schon, wir sollten ja am besten bewusstlos machen. Vielleicht mache ich das ja sogar noch. Ich hätte vielleicht auch was speichern sollen. Beschlossen, ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den Richtigen. Der war es nicht. Da ist die Rune. Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unständlich war. Da ist Campbell und dann ist das der Mann, den wir beschützen sollen. Ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein? Ein tyfianischer Roter? Danke. Nun, zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen. Vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und zehn Minuten später gibt es in der Tree was Allie nur noch Blut und Elend. Na komm, trink, bitte, trink. Mal mit der Ruhe, mein Lieber. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie mit falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann Ihnen nicht erlauben, sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen... ...dem Lord regent und auftragen, das schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es ihm. Warnen Sie sie. Und dann möge die Seuche sie. Hohlen Sie. Unfähige Nichtsnutz. Ich konnte sie nie leiden. Alles in der Welt. Campbell? Oh. Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Tja. Wo bist du? Und tot ist er. Und da ist das Tagebuch auch. Tunen wir uns mal sofort. Ja, ja. Werden wir mal sehen, ob du mich noch findest. Die Türen sind auf. Das gefällt mir gar nicht. Eins, zwei... Wo bist du? Ich glaube, zwei werden es auch bleiben. Zwei wachen meine ich jetzt, ne? Sucht überall. Ja. Sucht überall aber nicht hier. So, ist das eigentlich das Zeichen vom Wassermann? Ne, ne? So, ist hier noch jemand? Ne, oder? Ich kann das holen. Speichern wir mal. Ah, ich wusste leider, dass er da immer gerade kommt. So, das Tagebuch. Zehner Münzen. Und noch eine Münze. So, stelle hier hoch und verstecken. Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie mich entdeckt haben. Das war, weil ich Geräusche gemacht habe. Ich würde gerne die Rune da an, an mich nehmen, aber... Schwer. Vielleicht auch nicht so schwer. Na komm. So, wie viele Runen haben wir? Eine, oder? Ja. So, wo gibt es denn noch ein paar Runen? Wir brauchen noch ganz genau zwei. Da unter uns ist eine. Ah. Moment. Wir waren noch gar nicht in diesem Raum da hinten. So. So. Wo die vorhin geredet haben. Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Zigarettenkästchen der Ink Modes. 100 Goldmünzen. Ah, Moment mal. Kann man da bestimmt irgendwo hoch, oder? Kann man das da kaputt machen? Ne, kann man nicht kaputt machen. Schiffer Samuel, äh, Samuel ist auch nicht gerade hier. Oh, mein Nacken, ey. Mann, Mann, Mann. Generell. Ich bin schon wieder leiser geworden, bemerke ich es gerade. Weil ich halt krank bin, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Von dieser Session. Boah, wenn ich so viel, so einen langen Satz rede. Ne, boah. 25 Gold. Wer hätte damit gerechnet? Wahrlich ein großer Schatz. Wahrlich. Da ist einer. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall raus wieder. Das weiß ich. So viel weiß ich noch. Aber wie, weiß ich gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Huh. Ah, da kann man runter. Warte mal, ich glaube mal gleich. Da ist noch ein Mana-Trank. Hier dürfte uns der nicht sehen. Hier sind wir ein bisschen auf dem Podest, wo uns jeder sehen sollte eigentlich. Der hat uns ein bisschen bemerkt. Aber nur ein bisschen. Schiffer Samuel, wir müssen zu dir. Und da ist die Rune, glaube ich. Oh, boah. Fuck, wo soll ich hin? Fuck, 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 fuck. Jetzt hab ich dich. Wachen zu mir. Vorsichtig. Ah, selbst schuld, wenn du deinen eigenen Kollegen killst. Ah, wo? Huh. War's das? Den auch nochmal schnell töten. Alle keine Beute. Huch, das war's dann wohl. Da ist die Rune, ja. Irgendwo hier. Zum Zwinger? Wir bleiben mal hier. So, jetzt bin ich aber schon zu tief. Haben ein paar Wachen getötet. Wir können die Tür mal zumachen, glaube ich. Schmeißen wir mal hier rein. So, dass da Tötungskammer... ... ... ... ...